Die Bedeutung hat für alle drei Unternehmen, die den Award heute Abend zusammen gewonnen haben, eine große Bedeutung vor allen Dingen für die Mitarbeiter, als Anerkennung für die Leistung, die wir jeden Tag da reinstecken. Und deshalb geht der Dank ganz besonders an unsere Teams. Wir sind davon überzeugt und wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass der Stiegel uns dabei hilft, neue Kunden und neue Projekte zu gewinnen. Und wir sind sehr gespannt, was dann im nächsten Jahr auch für zukommt.